Ich bin Luise Engelmann und ich habe jetzt Wikajat gemacht im Pfarrbereich Laucher an der Unstruth, das ist im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz. In meiner Arbeit ist mir wichtig, dass ein Raum eröffnet wird und auch einen Raum offen zu halten, in dem sich alle Menschen willkommen fühlen können. Und einander dort begegnen, erzählen, was ihnen im Leben wichtig ist, ihre Erlebnisse mit Gott erzählen und einander auch zuhören. Ich glaube, das ist so die Chance, die wir haben, um auch einfach Vorurteile abzubauen und dann in diesem Miteinander vielleicht auch zu entdecken, was die gemeinsamen Träume sind für das persönliche Leben, unseren Ort, unsere Kirche und unsere Gesellschaft und dann einfach anfangen loszubauen und sich dabei gegenseitig die ganze Zeit auch in dem Vertrauen und immer wieder in dem Vertrauen zu bestärken, dass Gott da dabei ist, mittendrin und er unser Leben segnet.